grüß gott und herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe von re aktuell ich hoffe sie hatten eine angenehme zeit wir haben auch diesmal wieder einiges für sie vorbereitet das sind unsere themen diese woche 71 stets außer ferner bundes musikfest wie viel manpower bei einem der grössten events des bezirks benötigt wird schweibnester in werkshalle wie ceratizid flächennutzung optimiert tiroler schleife alberg classic rally hält in weissenbach und was sonst noch so los war haben wir für sie in unserem wochenblick zusammengefasst nach einer corona bedingten zwangspause fand in diesem jahr endlich wieder das außer ferner bundes musikfest diesmal in reuthestadt der höchste feiertag im jahr so die musikantinnen und musikanten das fest hat mittlerweile eine dimension erreicht die es dem veranstalter unmöglich macht es alleine über die bühne zu bringen nur mit hilfe von anderen vereinen und zahlreichen freiwilligen helfern kann es tatsächlich umgesetzt werden wie viel manpower für das beliebte musikevent benötigt wird sehen sie jetzt in unserem ersten beitrag